Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. Wir zocken hier weiter, das ist Kapitel 20 mittlerweile. Und ja, heute werden wir das Game auf jeden Fall durchspielen. Ja, wir machen hier nicht nur Let's Play, sondern sammeln auch alle Gegenstände ein. Hier ist der Schatz. Das ist der einzige in diesem gesamten Kapitel. Und ja, bald haben wir das durchgespielt, kriegen wir einige Trophäen. Nice, wie das läuft. Okay, ja jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger im Dschungel. Was heißt ruhiger? Der hat ja immer noch Probleme. Die Elena ist ja entführt worden. Ich finde, der Name passt ja nicht zu ihr, finde ich. Ich gehe jetzt weiter, ich gehe jetzt wieder. Ich gehe jetzt an zu einem Schlangen. Ich gehe jetzt an die Schatz. Ich gehe jetzt an die Schatz. Der sind sie. Nioh! 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 Da liegt noch mal der Drago. Alter! Okay Na komm Ketchup Ketchup Ah, das ist ja kein Ketchup Schade. Oh, da sind noch mal welche Yay Zweck Zweck Ja, die Waffle ist geil Ja Da haben sie echt gute Arbeit gemacht Mucke ist geil Geschichte ist geil Grafik ist geil Jetzt mal hier Gar nichts Hm Wir müssen wahrscheinlich da in diese Kirche rein Hier bekommen noch mehr Okay, jetzt kommen sie von hier oder? Ketchup Okay Ketchup Nein Nein Ja Zum Schluss komme ich von hier rein Ketchup 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 Sorry Sorry Die müssen sie stoppen, Sully Die wissen nicht, was sie anrichten könnten Was soll denn? Ich weiß nicht wie, aber Die Statue hat die ganze Kolonie und dann noch die Deutschen gekillt Wow Wie bitte? Keine Zeit Wir müssen zu der Kirche Schnell Zu der Kirche Bringen wir uns in Sicherheit Gott schütze uns Okay Alter Sie sind überall Bleib zurück, Sully Alter Okay Nein Ich brauche noch Waffe Ich brauche Ah, da ist Scharfi Perfekt Die liegt extra hier Extra platziert Ketchup 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 hhhhhh Insider Ketchup in die Eier Oooo Scheiße, man. Ja, die Lasertypen sind nicht zu unterschätzen. Okay, man. Ketchup. Ketchup. Okay. Neeeit! Okay, da kriegst du noch viel Spaß an. Da ist noch eine Scharfe. Ketchup. 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 So, hier ist noch eine. Ja. Ketchup. Noch ein Ketchup. Die Leute, die nicht wissen, was sie damit meinen, müssen öfters am Kanal alle Videos gucken, damit sie die Insider verstehen. Ketchup. Halt den Kopf unten. Halt den Kopf unten. Ach ha Möö. wieder backtracking in die Küche ja hier ist sauviel backtracking für mich jetzt kommen die von der seite und mich veröffentlichen da müsste ein geheimgang direkt unter dem altar sein ok nice wir haben es huuuh komm Sandi bringen wir es hinter uns jetzt werden wir auch infiziert ok Kapitel 21 wir sehen uns im nächsten Part hauerein ja